Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Ja, ich stell mich wieder mal an wie der letzte Depp, nicht nur der vorletzte, sondern wirklich in der Tat der letzte alte Sau. Und äh, ja, äh, ja, ich bin halt ein, ein Profi. Ja. Ich dachte, da wär jetzt was. Das war nur ein Fischilein, ne? Achso. Ja gut, das hatten wir schon, ne? Kann ich wieder raus? Sehr schön. Die Dinger brauch ich nicht mehr betreten, das war jetzt auch unabsichtlich. Herzchen. Viele, viele Herzchen. Für mich. Bam, bam, bam. Ja, wir kommen jetzt zu den Burschen da rauf, ne? Da ist gar nix drin. Wah! Lauf! Warte, war da nicht irgendwo eine Treppe? Rauf, da! Da rauf, da. Da da da. Nimm die Beine in die Hand und lauf. Au! Na warte, jetzt gehst du zurück. Wo bist du? Ja, steh weg. Gut, rauf hier. Rauf da. Herzchen rein. Oh du mein Herzchen rein. Also, Brustle. Also, Brustle. Au! Was war das jetzt da drüben? Da ist schon wieder sowas Dingens, ne? Und so. Wie geht denn das da jetzt da? Da ist schon wieder irgendwo so ein Schalter versteckt, ne? Aha! Da. Okay. Das war alles. Aber schön. Ja. Achso, die habe ich schon. Die Munition konnte ich mitnehmen. Okay. Achso, hätte es was gebracht, wenn ich dann damals bei dem Zweierkapitel alle Gegner hätte umgeschossen, ob sich das dann auch geöffnet hätte oder ein bestimmter. War das Buggy? Weiß das wer von euch? Ich habe auf jeden Fall keinen Schalter. Au! Aha. Ist da oben vielleicht ein Schalter für das da? Ah, da ist nochmal so ein Kerl. Passt. Super! Ah, ein schönes Lebensplus-Geschichtl. Jawoll. Oh, da will ich ja schießen. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Oh, Pfeile. Okay. Pfeile, Pfeile. Halt! Ich will ja hin schießen. Lebenspunkte für uns. Wie schön die Lebenspunkte für uns doch sind. Halt, war das nur eins? Darum ist noch so ein Wasser wahrscheinlich. Boah, mit einem Schlag? Das war ein sauberer Sprung. Kannst zeigen, was du willst. Boah. Was ist denn das da oben? Was kreist denn da? Was ist denn das? Was? Wir kommen wieder hoch. Das da. Was ist das da oben? So, machen wir das. Mal schauen, ob wir hier auf dem Tempel irgendwie raufkommen dürfen. Oder können. Was? Das ist erledigt. Ich würde nämlich liebend gern da rauf. Geht das einfach so? Nö, oder? So, speichern. Endlich mal. Du heilige. Passt. Endlich. Oh. Sind wir jetzt oben? Tatsächlich. Ich glaube, wir sind oben, ne? Das heißt. Können wir eigentlich eher rüberhüpfen. So, da ist nix. Gut. Ja. Wow. Das war schön. Ja. Das geht jetzt nicht aus. Ist logisch. Ist ja so klar, oder? Da hinten ist noch so ein Radler. Wow. Juh. Aber. Wir wollen ja eigentlich da rüber, ne? Hm. Geht so scheinbar gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Was haben wir da? Level 4 Schlüssel gefunden. Da 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 da. Super. Ja. Das ist super. Gut. Ein bisschen Leben. Das ist auch sehr super. Bringt sie das was, da rüber zu hüpfen? Ich mein... Hm. Ja, ich schau mal ganz kurz hier rauf, aber das würde sie auch nix bringen hier raufzulaufen. Na. Das wäre es irgendwie gut. Wenn es da irgendwie ein Portal... Das wird wahrscheinlich das da sein. Das Portal hier wird es wahrscheinlich da rauf irgendwie bringen. Das muss ja fast gehen, oder? Ich will mal speichern. Das haben wir uns verdient. Jo. Das haue ich gleich hier drauf. Jo. Alles gut. Weil das war gut. Ich will da noch mal rauf. Und dass es hier gar keine andere Möglichkeit gibt, irgendwie weiterzukommen. Auch nicht mit irgendwie hüpfen. Na. Dass man da echt auf die Seite hier gebunden, sozusagen. Schaut wirklich aus. Wie kriege ich das denn jetzt? Was ist das überhaupt? Das ist ein Kopfschmuck, oder so? Indianerkopfschmuck, ne? Ihr wisst schon. Aber irgendwie... Schaut es aus, wenn es du da gar nicht hoch dürftest. Also wir halt nicht hoch dürften. Das wäre jetzt aber echt gemein. Wahrscheinlich kann man von da kommen. Irgendwie da ganz rauf. Nein, eigentlich schon, ne? Mit dem kommt man hier ganz rauf. Aber warum? Das haben die absichlich gemacht. Jo. Das geht halt irgendwie nicht. Was mich gerade ein bisschen traurig macht. Und zugleich verwirrt, weil wir müssen ja auf die Seite auch irgendwie hingelangen. Vielleicht muss ich mich erstmal hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht habe ich ja... Oh, servus? Vielleicht habe ich ja nur was übersehen. Jawohl. Ansonsten wüsste ich nämlich auch niemand weiter. Ja. So, ist gut. Und da. Und da. Wow. Langsam. Jetzt sag ach. Das soll sie ausgehen? Latsch. Rucksack. Ob man den länger behalten darf? Wow. Okay, das hat sich schon mal ausgezahlt. Kann ich da rein zu dem Humpelmann? Na? einen Rucksack bekommen. Der bringt's jetzt was? Beziehungsweise wie kann ich den aufmachen? Keine Ahnung. Oh Gott. Wah! Okay, das was ich mache ist alles ungesund. Durch die Bank ungesund. Wo ist jetzt meine Treppe? Ich hätte gern echt einen Rucksack. Okay. Einen Rucksack. Ja. Ja, das hat mich der von hinten erwischt. Wir haben zum Glück eh speichern können. Gott sei Dank. Ich werde auch gleich sofort ins Laden. So, gleich laden nochmal. Weil dieses Leben hier will ich auf keinen Fall verschwinden. Also nicht zu 100%. Das heißt, ich muss den deppenden Rucksack nochmal holen. Ja. Da. Wing, schwing, wing, wing. Lauf ich jetzt richtig? Schon, ne? Ja. Der wollte mich hauen. Danke. Ja. Ja. Moin, der K. Wow, das lief gut. Okay, okay, okay. Geballer, geballer. Ich muss da weg, alter. Auf. Ja, ja, ist schon gut. Scheiße, was ist jetzt schon wieder die scheiß Treppe da? Ach, ich verliere. Ich frege schon wieder. Ja, ist klar. Wo habe ich denn jetzt? Ich bin komplett verkehrt, ne? Ach, weh, no. Das ist doch so schwer Leben kriegst. Aber wofür ist der Rucksack und wie? Wie kann ich denn öffnen? Ich habe keine Ahnung, wo kann man den überhaupt öffnen? Ist dafür was gut? Also mit dem Pfeiltasten zum... Also mit dem Pfeiltasten, sage ich. Pfeiltasten vielleicht? Ähm, ja. Keine Ahnung, wie man den mit dem Rucksack dann anstellen kann. Okay, ich meine, wir haben ihn jetzt gerade nicht, aber wo ist es denn da? Die Nummer. Au. Hör auf, mich zu treffen. Käse, verdammt. Danke. Boah. Eure K. Na, jetzt falle ich runter. Nochmal laden. Das war ja gar nicht weiterprobieren. Ah. Wow. Komplett sinnlos, das weiterzubrühren. So. Dafür hat mich jetzt der getroffen. Die Welt ist so ungerecht. Wie ich denn mitreffen tut, ne? Der kann viel besser zielen als ich. Das ist so eine Gemeinheit. Wow. Jawohl, die sind wir uns geschafft. Den Rucksack. Hierüber. Mich abballern. Du Saukerl. Dann hierüber. Mich abballern. Die Leben einsammeln. Den abballern. Den ballern. Baller, baller. Zurücklaufen. Hoch. Jo. Passt, das würde da. Boah, ey. Jawohl. Leben nehmen wir mit. Ich brauche eh ganz dringend. So, ja. Jawohl. Autoschrotflinte. Kann die jetzt mehr Munition tragen? Warum hat die vorher... Ich bin doch vorher in die reingelaufen. Wieso hatten die nicht gezählt? I am verwearing. Jo. Aber halbwegs. So, das können wir gleich nochmal speichern. Ich weiß, ich beteste, was das betrifft. Aber ich muss, weil ich so gut bin. So. Jo. Was mich nach wie vor zum Problemchen führt, dass ich da rauf muss. Irgendwie. Und ich nicht weiß, wie. Auch nicht, wie ich das da runterkriege. Schaut nicht irgendwie was aus wie ein Schalter. Hm. Ah. Aha. Ah. Aha, okay. So was ist gut. Schön. Sofort speichern gehen. Ich bin wahnsinnig, was das betrifft. Ich weiß. Aber sofort speichern gehen. So viel Leben kriege ich nie wieder. Schwimmen. Aus dem bin ich gerade verwirrt. Ich kenne mich gerade nicht wirklich aus. Bitte ja. So. Jo. Zurück. Ich nehme halt nochmal. Zweites Wort gibt es halt. Dann probiere ich halt das nochmal. Aber ich habe keine Ahnung, was mir das bringen soll. Was ist, mich da runterfallen zu lassen? Da hinten. Da habe ich auch nicht geschaut, ne? Da geht es aber, glaube ich, weiter, oder? Du Saukerl. Ach, kein Bier. Dann halt nicht. Tut mir leid. Tut mir sehr, sehr leid. Ah, das Redlein. Jawohl. Oh, jetzt haben wir da ein bisschen am Polster. Wow. Das war Fehler von mir. Passt. Der ist auch erledigt. Da drüben haben wir noch so einen Klatsch. So einen, so einen, so einen Zipfelklatscher. Ja. Sehr schön. Alter. Das ist die weg. So. Da haben wir auch noch immer die Zühnchen. Da haben wir zwei von denen. Au. Ich lasse mich halt auch immer treffen, ich Idiote. Jawohl. Die ist gut versteckt gewesen. Ich habe jetzt nur irgendwie so schemenhaft... ...das entdecken tut. Traumhafte Lebenspunkte. Traumhafte Lebenspunkte habe ich da. Passt. Au. Ja. Okay, da ist gar nichts. Ja. Rennt da noch jemand? Oh, schau mal. Ich könnte irgendwas mit Leben gebrauchen. Ich könnte auch anfangen, mal besser zu spielen. Das ist völlig unmöglich, mein Lieben. Das ist ja super. Das muss dann kehren. Ah, da schauen wir. Haben wir hier... Wow. Hat da was drin? Nur Munizhönchen. Okay. Dann nix wieder zurück. Ist da irgendwas versteckt? Na. Auch doch. Schrotflink-Munizion. Aha. Aha. Okay. Aha, da haben wir auch Munizhönchen. Gut, das sage ich sicher nicht. Nein. Wow. Sehr schön. Zwei Lebenspunkte. Was bist du? Schöner pack ich. Ein Rucksack nochmal. Wofür sind diese Rucksäcke? Weiß das jemand? Wofür sind die? Ist halt so. Ist halt so. Wofür sind die Rucksäcke? wofür sind die Rucksäcke? doch mal, Gott sei Dank. So. Da. Äh, hallo? Ach, Mensch, ey. Ja, mach nur. Und wieder laden. So ein Dreck. Okay, naja, vielleicht kann die Krise jetzt ja besser hin, ne? Das ist halt echt nicht nett, sowas. Nein, das ist einfach nicht nett. So, wie bin ich da jetzt? Ich bin einfach nur da hinten hin, ne? Einfach nur da rein. Jetzt kommt ein Dressol hier. Passt, schön gemacht. Okay, bravo. Fein, fein. Jawohl. Nehmen wir gerne mit. Da war nix. Okay. Halt. Naja, geh ein. Tut mir leid, Relain. Es tut mir echt, echt von Herzen leid. Au. Genau, da war auch noch was. Da hat man auch noch was. Ja, sicher. Hier trifft er mich noch. Das ist total logisch. Der auch. Ja, sicher. Freilich. Ja, verreck. Das ist das Beste für dich. Passt, er ist auch hin. Das ist auch verreckt. Sehr schön. Ah, wir haben drei Lebenspunkte mehr als letztes Mal. Als wir die geholt haben. Das ist ja schon... Wow, das ist schon mal was. Das ist so gemein, dass die respawnen können. Das ist echt gemein. Was ist denn hier los, Alter? Das ist das Empfangskomitee. Schön. Das haben wir doch tatsächlich schön hinbekommen. Wow. Nichts ist weg. Die wollte ich noch holen. Dann war hier eigentlich eh nichts mehr. Einfach mal weglaufen. Nicht immer alles niederballern. Das muss ich mir auch eigentlich mal merken. Wow. Nur mal laufen, 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 laufen. Und noch mehr laufen. Halt, Patröhnchen. So. So. Na, der Rucksack will nicht. Keine Ahnung. Die nehmen wir auch mit. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir recht viel Leben. Ja. Das ist schon mal nicht so schlecht. Nicht schlecht. Bam, bam, bam. Du kleiner Mistkerl. Du dreckiger. Da war ich aber auch mal nicht drin. Oh, Herzen. Also Leben. Sehr schön. Hat sie wieder ein bisschen mehr verloren. So ein Dreck. Aha. Schau mal. Schau mal da. Was? Das ist eigentlich nichts. Okay, von denen haben wir genug. Was das für ein komisches Ding ist, weiß ich auch nicht. Da haben wir auch noch keine passende Waffe dazu. Das ist auch voll interessant, wie man solche... Wenn man schon zielt, ne? Wenn man einen Haken schlägt, dass man da nicht ausweichen darf. Das ist voll gemein. Aber voll. Voll gemein. Nicht nur halb, viertel, sondern voll. Voll gemein ist das. Oh Gott. Okay. Jawohl. Was haben wir? Ah, Rüstung. Ich will... Aha. Ich verstehe schon. Wow. Voll verrissen. Ja, sicher. Wenig Leben. Ja, sicher. Du auch noch. Jetzt bin ich hin. Ja. Einfach ranstürmen und wegballern wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ist schon gut. Ich krieg das nicht hin. Wie scheiße. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Ja, genau. Mie, 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 mie. Ich hab wirklich keinen Plan, wie man da hochkommen sollte. Es gibt doch nichts zum Hochkraxel irgendwie, ne? Also, mein Nase juckt. Ne Leid oder irgendwas. Herrschaftszeiten. Kein Plan. Man kann sich hier auch nie irgendwo festhalten, dass man da auf die Seite irgendwie weiterkommen wird. Kein Ehren. So. Gut, da ist nix. Ich muss jetzt einfach probieren, diese Viecher mal ein bisschen auszuweichen. Sofern möglich. Ja, soviel dazu. Ich muss probieren, das auszuweichen. Nein. Na, na. Oh Gott, ich hab's erwischt, oder? Es ist... Es hat geklappt. Ja. Ah, das dachte ich... Pff. Passt, da haben wir alles. 54 Leben. Wieder ein bisschen mehr als beim... Huch, letzten Mal. Ja. Hey, ich war jetzt einen halben Meter weg. Das ist Betrug. Ja, das ist Betrug. Punkt. So, schaut's aus. Passt. 62 Punkte. Sehr schön. Viel besser wird's fast nicht. Ich soll die Waffe vielleicht wechseln? Jawohl. Ne, Pistole. Ja, ganz schlau. Okay, da ist gar nichts. Warten. Waaah. Na komm. Ne, Pistole bringt sie gar nichts. Das ist echt besser, wenn wir auf das hier gehen. Dann wären wir sonst alt und grau. Und alt und grau. Verstehst? Joa. So geht's auch. Ha. Na, nie mit. Sehr gut. Uah. Ich steck fest. Natur ist nix. Passt. So ein Dreck. Na, glaub ich. Na, glaub ich. War nicht irgendwo nicht. Na. Hat mich getäuscht. Ich dachte, die wären Schrot gewesen. Also die Patronen, ne? Also, Munition. Liegst da. Der eine geht mir auch auf den Nerv. Der eine Gegner. Tschüss. Halt mich der noch erwischen. Du Mistkerl. Du Dreckiger. Super. Natürlich zieh ich viel zu hoch. Damit treff ich ja wieder. Aber überhaupt nix. Jawohl. So. Schau, was ich da gesehen habe. Ja, da legst du nie daherst. Ah, ja. Komm. Die Treppe hoch. Richtig. Brav. Jetzt habe ich mal ausweichen können. Ja, den habe ich jetzt auch ausweichen können. Sauber. Sehr gut. Natürlich sammeln wir die Lebenspunkte hier auch ein. Und hier war irgendwo dahinten richtig Dreckiger. Sehr gut. Juhu. Das haben wir fein gemacht. Passt. Noch ein Leben dazu. Sehr gut. Also zwei Punkte halt, ne? Lebenspunkte. Normal müsste ich jetzt zurücklaufen, ey. Normal müsste ich echt zurücklaufen. Und das speichern. Ja, da kommt jemand. Tschüss. Tschüss. Passt. 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 Und nochmal. Ui. Ui. So, jetzt sind wir wieder da. Bei dem Trottel. Passt. War gar nicht so schlimm. Und eine Rüstung. Und eine Rüstung. Sauber. Jawohl. Schön. Gut. Was? Wo kommst du jetzt her? So, jetzt sind wir schon mal da. Fein. Und jetzt? Aha, da rüber. Da runter. Servus. Wow. Wo die mal herkommen. Jawohl. Ei. Okay, jetzt geht das runter. Okay. Aha, da haben wir auch was. Schön. Da ist noch was. Ich glaube, wir können wieder mal auf die Schrott wechseln. Boah, 40 können wir schon tragen? Mhm. Okay. Was haben wir denn jetzt aufgemacht? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn aufgemacht? Da, ne? Da ist auch so ein Schalter auf einmal. Auf jeden Fall geht es jetzt da unten scheinbar weiter. Mit Kontrollpunkt. Wie schön. Na toll. Wohin? Wah. Passt. Schön. Im Wasser ist auch vielleicht was. Tatsächlich. Oh, oh. Das ist so schlau. Jo. Schaut schlau aus. Da ist noch eins. Halten. Das da. Sehr gut. Und wieder rauf. Rauf mit uns. Wow. Oje, der Part ist zu Ende. Mit Überlänge. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ähm. Ja. Sicher. Da. Das kriegst du zurück. Wartet kurz. So. Ist jetzt Ruhe? Ich glaube ja. Fürs Erste. Na gut, ihr Lieben. Das war es wieder für heute. Entschuldigt bitte vielmals für die Überlänge. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Und ich bedanke mich natürlich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.